Ja, Hallöchen, hier ist eure Rocklady, eure Miri und ich möchte euch gerne mal einen kleinen Eindruck vermitteln von dem Spiel hier. Shit, eigentlich hatte ich jetzt vor, das anders zu machen. Seht ihr den da? Das bin ich. Ja, das bin ich. Und der hat auch Motion-Trackness. Guck mal. Können wir essen? Können wir trinken? Oder nehmen? Tee. Ein bisschen näher dran gehen. So. Okay. Hier gibt es aber noch viel mehr. Da gibt es noch was zu essen, weil wir ja so schwach sind. Hier gibt es noch ein paar Dosen. Können wir alles mal mitnehmen, was wir hier finden. So, hier sind noch ein paar Flaschen. Da ist noch... Kannst du mal das Feuerzeug in Ruhe lassen? Hier können wir mal gucken. Willkommen zu Forrest, Freunde. Und zwar Forrest in Viya. Fortbewegung läuft hier auch mit dem Stick. Da hauen wir einfach mit dem Ding rauf. Können wir hier... Ah, der mit seinem Feuerzeug. Können wir hier... Na? Kann ich auch die, äh... Okay. Und wenn ich die Dose da unten haben will? Nee, der mit seinem Feuerzeug... Kann ich die Dose so greifen, oder? Ach. Oh! Was war das? Oh, es ist blutig, Freunde. Okay. Ich glaube, wir sollten noch was essen. Warte mal, wenn das geht, dann müsste das auch gehen. Oh mein Gott. Ähm, es war nicht die Stewardess. Kinder, nein. Auf keinen Fall die Stewardess. Oh Gott. Schnell weiter. Pilze. Hier, Pilze, Freunde. Wir müssen Pilze sammeln. So, Pilze. Oh. Sollte man vielleicht auch nicht unbedingt essen. Ja. Das ist Forrest in Viya. Das ist das Flugzeug. Und hier, Steine. Steine immer sammeln. Und die da. Aua. Vergewissert euch, dass ihr auch wirklich nichts neben euch habt. Und dann könnt ihr auch alles aufmachen. Und alles mitnehmen. So. So. Aber vergewissert euch vorher, dass nichts unter euch ist. Weil sonst habt ihr ein Problem. So, da könnt ihr alles mitnehmen. Halt, da ist noch was. Der hat sein Feuerzeug. Also, unglaublich. So. Sollen wir mal so einen Baum fällen? Komm, ich zeige euch das mal. Wir haben ja hier so ein bisschen. Jetzt fällen wir mal einen Baum. Wir haben hier die Axt. Und hämmern einfach die Axt in den Baum. Ah, wir machen das mal von der Seite. Dann fällt der vielleicht da rüber. Das ist natürlich auch eine Schweiz-treibende. Da rüber, 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 da rüber. Ja, und wenn ihr dann so einen Baum habt. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. Drop. 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 Äh, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist doch... Ach, du Scheiße. Vögel. Wir sind hier am Lager von den Einen. Hui. Hui. Oh. Da ist er. Der Lurch. Der Lurch. Survival. Hehe. Hehe. Wir haben den Lurch gelurcht. Voll geil. Oh Gott, aber das gefällt mir ja hier gar nicht, wo wir sind. Äh. Der Ort gefällt mir nicht, wo wir abgestützt sind, Freunde. Ich meine, noch ist Tag. Harmlos. Aber irgendwann ist Nacht nicht mehr harmlos. Und glaubt mir, das ist was anderes wie in Flach. Oh. Oh. Herr Lurch. Da war ein Lurch. Ich bin Holzfällerin und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. Oh, Herr Lurch. Hallo. Ah, können wir uns... Ah, der haut ab. Können wir uns da so ranschleichen? Oh, warte. Ich kriege ich noch... Oh, verdammt. Also der hier mit seinem Feuerzeug, ne? Also ich möchte eigentlich gar nicht in diesem Gebiet hier sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah. Was willst... Holt ihr denn hier? Iiii. 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 Das hat mir aber... Ach ne, Beeren wollen wir nicht essen. Das hat mir aber keiner gesagt. Das ist das Spinnen auftauchen. Ah. Igitt. Okay, Freunde. Auch hiervon habt ihr jetzt einen kurzen Eindruck. Oh, warte. Den kriege ich. Komm her. Oh, komm her. Komm doch mal runter hier, Vogel. Dieser Baum geht gar nicht. Der muss gefällt werden. Und... Dieses Feuerzeug, ne? Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und den heiligen Baum hier abfällen. Jawohl. Und dann... Oh mein Gott. Schau mal, der ist doch. Oh. Da oben. Da. Ein Fluchzeug. Ich will nicht mehr den Feuerzeug-Mann sein. Ähm... Da kann ich spinnen wieder. Ja, Freunde. Das ist Forest in VR. So habt ihr auch mal einen kleinen Eindruck bekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich sag mal, ciao. 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 Ciao.